Herzlich Willkommen zurück! Damit ihr nichts verpasst, fange ich dieses Mal schon hier an. Aber irgendwie sind die FPS gerade bei Null. Was nicht gut ist. Gar nicht gut. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Oder? Auch nicht. Doch, so langsam. Denn wir waren gerade am Herunterfallen und ich wollte nicht, dass ihr irgendwas verpasst. Hallo? Na toll. Na toll. Genau, jetzt kommt direkt der nächste Ladebildschirm. Das gibt's doch nicht. Der Sturz, ja. Hi. Na, wie läuft's? Ganz gut. Bei dir? Ich bin eine Kartoffel. Das weiß ich. Ah, HiKartoffel. Ah. Mein Schein-Applaus-Prozessor hat überlebt. Den haben wir also. Schein? Wir wollen da nicht weiterkommen. Das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Äh, ja. Hau rein. Ach du Scheiße. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Ja, das tut mir leid. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Äh, ja. Oh ja, du kommst einfach her. Ja. Aua. Was ist denn jetzt? Hallo. Das hat bestimmt weh getan. So ein unendliches Loch ist nicht gerade schön. Vor allem, wie will man in der Erde ein unendliches Loch erschaffen? Vor allem, wie tief geht es da runter, ey? Ich frage mich gerade, wie lange wir gefallen sind. Fast eine Minute? Schon krass. Das hat bestimmt weh getan. Und hier unten gibt es sogar Fögel. Ich frage mich, ob hier schon mal jemand gewesen ist. Ist hier irgendjemand? Hallo. Hallo. Hallihallo. Achso. Hier kann ich ja ein Portal schießen. Ah, ziemlich gefährlich hier. Ziemlich kaputt hier. Äh. Keep out. Do not enter. Do not enter. Keep out. Schlubber da rein. Und die Frage ist... Wie? Okay. Äh. Ja. Und jetzt? Ach, da oben. Ah. Cool. Warum sagt mir das keiner früher? Hier? Äh. Ja. Vielleicht. Da hin. Da hin. Oder da. Wieso? Vielleicht. Ah, da scheint. So. Do not enter. Okay. Keep out. Keep out. Immer noch keep out. Fülle. Aber. Hier. Lang. Koste. Was ist vor allem? Nein, ich gehe nicht da runter. Okay. Na gut. Ausnahmsweise. Braucht nur Ausnahmsweise. Braucht nur Ausnahmsweise. Hätten die hier nicht mal aufbauen können. Wow. Große Tür. Sehr. Große Tür. Ah, cool. Oh, ich weiß, was das ist. Das würde man aus Portal 1 kennen, wenn ihr es gezockt habt oder bei mir gesehen habt. Theoretisch brauchst du mal zwei Leute dafür. Oh, oh. Die Tür geht hoch. Ja. Ja. Geil. So eine riesige Tür. Und dann. Ist da ein Stuhl. Und so eine kleine Tür. Oh. Mein. Gott. Wie geil. So eine riesige Tür, ey. So eine riesige Tür, ey. Hab ich natürlich auch. Ist ja normal. Wäre das nicht. Habt ihr sowas nicht? Seid ihr altmodisch? Also echt. Ah, weiter geht's. Hör auf. Hör auf. Ah, ne. Schon wieder das Ekelwasser. weiter. Ja, gar nicht. Gut. Ich frage mich, was das hier unten überhaupt ist. Da bin ich hoch. Das sieht nämlich so aus. Als würde man weiterkommen. Oh. Dahinter ist was. Ich brauche keine Tür. An welchem Hebel. So an dem Hebel. Oh. Willkommen meine Herren bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die besten Ontaros ergeben. Also. Wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ha. Ihr habt euch auf der Pfad hier ja schon kennengelangt. Erlaubt dass ich mich kurz vorstelle. Eben Faye Johnson. Mir gehört die Firma. Die Wettestilte von vorhin gehört Arolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl gewiesen. Stimmt doch, Karolyn. Ja, Herr Mr. Johnson. Sie ist das Rückgang dieser Firma. Und ist um drei, aber leider schon vergeben. Sie hat ein Wissen geschafft. Oh. Nicht ganz. So geht's auch. Äh, ja, wo muss ich denn hin? Eigentlich ja, denke ich mal da oben hin. Vielleicht über das Rohr. Oder so. Ah. Geh, Flo. Komm, Tom. Ja. Die überlebt auch alle Sprünge, ey. Die hat Federvollschuhe an. Notis. 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 Hier kommen wir. Nicht weiter. Oder? Ja. Ah, aber da hinten. Also. Noch nicht hier hoch, oder? Ah, kapiert. Kapiert. Sorry. Bin halt etwas langsamer im Denken. Lass mich doch. Kann ich da drüber überhaupt balancieren? Was werden wir jetzt? Ah, sehen. inscription. Nichts passiert. Ja. Das kann sie. Heute kannst du einfach durchgehen. auch interessant war das ist jetzt scheiße das habe ich mir anders gedacht also ich hätte jetzt gedacht man kommt da hoch durch kommt man ja hier, jetzt kommt vorbei das verstehe ich jetzt nicht ok nächster test nein, nein, Mann nein ist doch mal gut jetzt so komm jetzt drauf da drüber und da komm ich nicht weiter da muss ich aber hin und da komm ich nicht weiter, oder? ich verstehe es nicht hallo und da komm ich nicht drauf und da hinten komm ich auch nicht weiter schwierig, schwierig, schwierig Moment, ich geh nochmal hier hin Mainlift oh, ich hab keine Ahnung ob man das jetzt oben rechts sieht das von Steam aber dafür kann ich ja nix na gut, ich komm jetzt hier nicht weiter ich werd mir das gleich nach dieser Folge nochmal genau angucken vielleicht find ich ja was und sage, wir sehen uns im nächsten Part Tschöö.